jo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge requisitenjagd heute auf der map amada strike mit dabei ist annie und ich habe eben gemerkt dass ich eben aus versehen in der falschen spalte da bei obs war und ich hoffe ihr habt in der letzten folge überhaupt annie gehört wenn nicht dann rip dann war alles umsonst dann war die dann wird die folge leider nie erschienen sein weil sonst würde ich ja die ganze zeit mit mir selbst drehen und die leute würden denken ich bin komplett crazy annie existiert gar nicht ja ist so an ist nur in meinem kopf und ich bin komplett schizophren einfach ja perfekt die fette dommer hat mir eine freundschaft seine frage oh leute kein body shaming die nehme ich mal an die anfrage ich hoffe es ist die echte verborgenen abtrünnigen requisiten mann nein das einfach fängt aber schon gut an tut mir leid ich wollte dich nicht erschrecken dankeschön normal erkennt man mich ja immer schon am geruch vielleicht vermodert du bist ja jetzt im stream nicht mehr aktiv am schauen es wurde gerade der sound gespielt hier und er springt in den tod der idiot man hat sich so von mir erschrocken ja das stimmt aber ich habe leider dran vorbeigeschossen aber er hat sich so erstreckt dass seine tod gesprungen ist naja habe ich meinen job so halb erledigt ich kann mir vorstellen dass sie im wasser sind ja hier unten definitiv im wasser ja beide ja dann komme ich runter ich höre sie nur nicht ich sehe sie nur nicht gehört habe ich sie das ist ein seil verdammt ich dachte es wäre noch so ein ding wie gerade da oben sondern was ist das überhaupt da ist wie so ein bett müssen auch auf der seite gewesen sein weil da war es zweimal laut und in der mitte ja aber die sind hier sind hier unten ich gehe noch mal hoch wenn ich ach so ich drücke die ganze zeit x schön frag mich warum der nur hüpft und nicht an die seilwindel springt einer noch einer nur noch also einer ist auf jeden fall ganz unten im wasser irgendwo weil der kam von ganz hinten der pfiff oder halt hier oben runden perfekt super ich habe gar nichts gemacht null punkte das ändern wir jetzt ja ich habe auch nichts gemacht der war ja geschenkt hier ist ja gemein so läuft es bei uns nie wir haben immer nur die kleinen items ach du scheiße ich habe so oh gott ich habe so was ich bin ich weiß wo ich hingehe da hat sich damals jeder bei mich lustig gemacht es würde niemals funktionieren aber ich mache nein ich bin runter gefallen und man kann keine seilwinde benutzen ne oh nee boah so ärgerlich jetzt ich weiß nicht wohin ich weiß scheiße ey das ist doch kacke meine das kann funktionieren war noch nie so lost okay ich habe totalen bullshit gemacht ja perfekt ach nee ach nee bitte nicht sterben jetzt nein nein ich bin zu dem ding geworden ja okay ich bin raus wir übernehmen die kontrolle bitter ah das war pech dass ich zu so einem großen item geworden bin und da oben fest hängen gerade egal da können wir der annie zugucken oh annie da kommt einer mit der pistole ja ich weiß kann das kann der team jetzt nicht mal fahr will der mich verarschen alter wer war das ah oh alter tot das war das war super was fing gut an direkt in die arme gesprungen super was fing gut an das war ja klar dass das so endet das spiel heißt call of duty black ops cold war oh god das üben wir nochmal das üben wir nochmal egal wir sind doch einfach im suchen besser als im verstecken annie also ich zumindest wobei ey immer schlecht cold war du kannst einfach beitreten wenn du mitspielen möchtest ich muss dich nicht einladen die lobby ist offen wenn du platz frei ist kannst du einfach beitreten zwei plätze sind auf jeden fall noch so wie es aussieht die god maker im moment sind wir zwar grad voll aber ah wann ist denn lucky dazu gekommen oh nee oh nee yes i can speak english i can speak english yeah annie isn't that good with english i'm not so good at this i'm not so good at this i'm not so good at this in english no in english it's not my best yellow from the egg not the yellow from the egg alter das ist so ein richtiger lehrer spruch yes yes i can feel this not i can't do this anymore okay einigen wir uns darauf dass das hier nicht unsere beste arbeit ist ich bin auch total lost gerade irgendwie toll jetzt habe ich englisch gespeaket und jetzt kriege ich keine antwort mehr darauf nett danke ah oh great wait can you try this class of aka 740 before this match we play prop hunt you can't pick any weapon in prop hunt i'm very sorry okay hier oben ist einer jetzt gepfiffen lisa was geht der rennt hier unten übrigens no problem it's very sad was it's very sad that you can't pick your weapon in prop hunt you have to play with a weapon with the weapon with the weapon the game is to you and that can be very very yeah i don't know very shit oh my english is the best ich finde niemanden ne ich auch nicht also ich habe eben mal kurz so wie heißt dieses grüne item was ist das dieses lange ah hier hier im wasser ah ich habe ihn ich habe ihn meine ohren weißt du was ich meine was hast du ah dieses grüne item dieses lange was ist das eine trage eine liege eine liege okay nur dass wir uns verstehen ah ja dieses was da ah okay das ist so eine krankenliege ja ja verstehe ich hasse die map ne ey ganz ehrlich hast du so viele maps dieses geschwimme im wasser einfach nur anstrengend ich pumpe die ganze zeit oh ich glaube ich gehe mal kurz ertrinken ah ne ich habe wohl leif aber das bringt mir nichts ich renne hier nämlich die ganze zeit richtig ahnungslos im kreis so okay das pfeifen kam von unten irgendwo hier im wasser sitzt einer ah ja im wasser hier in eure richtung schwimmt eine weiße boje links also hier auf der anderen seite auf der anderen seite auf der anderen seite ich habe die von oben gesehen ah die ist schon ah da jetzt ist sie rechts jetzt kommt sie dir entgegen ja sehr gut okay ich habe kein einziges mal getroffen perfekt die anderen haben das geregelt ich renne einfach an hier hinterher los 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 bitter anny ich dachte eigentlich wir rocken die runde hier das dachte ich auch ja ja sag schon ich bin schon komplett oh Gott ich bin auch runtergefallen oh oh da oben da oben ist er gerannt da ich habe sogar mit der ja flasch getroffen ja niederlage egal verdammt das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus boah mein magen tut so weh gell also der tut nicht weh aber der sagt so richtig gib mir jetzt essen ich habe so ein drücken von lehre drücken ach komm schon ich bin dieser stuhl gib mir jetzt ein gutes item yes das ist doch okay aber ich glaube lucky kennt das auch das würde der lucky auch kennen du die immer diese ganzen leute in den lobbies kennst das ist einfach nur krank na hast du ja fuck mach ich jetzt ich glaube das was ich hier mache ist nicht so smart ich glaube das was ich hier mache ist ziemlich dumm das hätte eventuell funktionieren können hätte ich noch einen platzieren können aber kann ich leider nicht oh Gott geht weg oh Gott ich werde so safe sterben ne okay der ist schon mal vorbeigerannt oh mein Gott ich habe das schlechteste versteckt ich schaffe es immer wieder mich zu übertreffen mit schlechten verstecken mal gucken wie lange das klappt okay das war klar oh nein oh nein oh nein ich kann nicht mehr wechseln das ist schlecht und ich bin gleich tot ich bin gleich tot kann auch nicht mehr wechseln ich muss ganz dringen jetzt was er hier runter nein woher wie sieht er mich die ganze zeit oh nee ey oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott wie kann das sein dass ich immer noch am leben bin okay das wird niemals funktionieren ich habe noch so ein 14 Leben ja schade ach ja die Runde das wird nichts mehr ich habe es im Gefühl wir haben es verkackt mal gucken wer von uns als erstes stirbt ich habe nämlich genauso viel Leben wie du ich bin schon tot ich wurde gerade hingerichtet Fritzchen fragt seinen Vater warum legen die Hühner eigentlich Eier er antwortet wenn die Hühner die Eier werfen würden dann gäbe es der Rührei okay das war's danke dafür Loomtop danke für diesen bereicherten äh kommentar herrlich das Spiel heißt God of Duty Black Ops Cold War oh es ist doch safe lucky dahinter okay es war nicht lucky ja wir haben gerade 21 Leute bei Twitch und 85 bei TikTok das sind 100 etwa danke für dich bin heute das erste Mal beim Stream dabei mir wurden immer mal wieder TikToks von dir angezeigt und irgendwie catcht mich das Spiel das freut mich sehr dass dich das catcht leider catch ich dich nicht sondern nur das Spiel aber okay hab jetzt einfach Videos ohne Facecam und ohne Kommentar nur noch Spiel ich bin eh überflüssig nein Spaß es ist nur das Game es ist nur das Game was die Leute anzieht krass vor einem Jahr hab ich mir das erste Mal TikToks mit dir und Spike angeguckt ja mein Gott ich weiß das erste Video kann ich mich sogar noch dran das heißt das ist doch schon noch länger als ein Jahr her oder noch länger wahrscheinlich her ja ich weiß das erste Video was ich von euch gesehen hab da wart ihr auf der Map Raid und einer von euch war die Mülltonne und ist dann immer in der Garage da um den Pfeiler gelaufen ich kann mich nur noch dran erinnern dass uns immer unterstellt wurde wir würden unsere Videos faken und dann haben wir mal eine Zeit lang drüber nachgedacht das wirklich zu machen und dann ist uns aufgefallen dass wir so dumm sind dass es halt einfach komplett äh auffällig wäre weil wir das nicht schauspielern konnten und die Leute haben es einfach nicht geglaubt dass unsere Clips echt sind wir haben mal so zwei, drei Clips aus Spaß einfach gefakt um zu gucken was die Leute schreiben und ich fand es war so obvious dass die Clips nicht real waren und keiner hat es gecheckt aber bei unseren echten Clips hat jeder immer geschrieben ja ihr fakt das ja eh ihr fakt das ja eh das ist fake aber wer mich einmal mit Spike live hat spielen sehen der weiß dass es nicht fake war die zwei größten Pfeifen sich getroffen und dann dieses Spiel gespielt das war ja nur schön oh ich weiß noch das erste Video auf TikTok was eine Millionen Aufrufe gemacht hat ich hab einfach über den Controller Lautsprecher gesprochen und man hat die ganze Zeit nur klick 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 gehört das war so es war so unangenehm aber hätte ja auch niemals jemand gedacht dass das überhaupt jemals einer sieht bei TikTok ich weiß gar nicht mehr wie wir auf die Idee kamen was zu posten ja das stimmt aber für mich war TikTok immer so ein No-Go ich hab mich geweigert das zu installieren und ich glaub Spike hatte die Idee dass wir die Videos da posten ich mein TikTok raubt ja auch unendlich viel Zeit ne wie oft lieg ich abends im Bett und denk mir so ach komm ich guck noch mal 10 Minuten bei TikTok rein denk ne Stunde später so oh shit ey ich wollte schon vor ne Stunde schlafen ja ich muss sagen das Ding bei mir ist ich benutze wirklich nur auf dem Klo eigentlich das war ein Täuscher ich hatte mal so ne Phase da hab ich richtig viel TikTok geguckt und jetzt eigentlich gar nicht mehr außer ich sitze auf dem Klo manchmal wenn ich wirklich ganz krasse Langeweile hab ich bin halt echt so ein YouTube-Hocker ich hock den ganzen Tag auf YouTube ah hier ist ne Stange ne Stange super die Flash ging leider oh hier guck mal neben dir jetzt ne Tonne ja ja ah au ey ich hab den gekillt ich hab 500 XP bekommen aber Driss hat den gekillt soll mir auch recht sein soll mir auch recht sein wir arbeiten hier im Team das machen wir ich weiß echt nicht wie ich das mit einer Eliminierung auf Platz 3 geschafft hab hey ich bin immerhin auf Platz 4 Driss räumt richtig auf hier da unten im Wasser ja und einer ist glaube ich auch ich doch hier oben das kann nicht wahrscheinlich sind sie alle wieder im Wasser der ist hier im Wasser der muss sie eigentlich gleich mal zeigen ah hier BroGamer verfolgt die Stange hier oben ich hab ihn ich hab ihn wo ist sie hin ah hier die Stange obere Snack ist die gelbe immer noch die jetzt ist sie im Wasser ah sie ist tot vollidiot ok das hat mal ein nicer Rhyme ich komm halt wirklich nie vom Klo ich bin wirklich aber auch schon vor TikTok ich bin so ein Mensch wir sitzen eine halbe Stunde auf dem Klo oh Gott ja macht die da alle so lange keine Ahnung also ich weiß ja auch nicht das ist einfach irgendwie chillt man am Handy und dann macht man dies und dann guckt man noch TikTok und dann oh ich hör nichts mehr ich pump wie Sau also jetzt wenn ich auf dem Klo sitz guck ich immer TikTok ich frag mich was ich früher gemacht hab ich sag schon immer lang auf dem Klo auf ein neues und diesmal ohne sterben eine Minute noch noch drei Leute an es sieht nicht gut für uns aus es kann doch nicht sein dass drei noch schwimmen oh mein Gott so ne Kacke kann mir nicht vorschein dass drei noch da unten sitzen und schwimmen verarschen uns doch hier schon wieder früher immer gelesen was auf Duschgelflaschen stand safe hab ich wahrscheinlich einfach YouTube Videos geguckt oder so oder dann weißt du was ich auf dem Klo auch richtig oft mache ich geh auf Google am Handy und dann werden dir ja so Artikel vorgeschlagen wo dann so steht äh Michael Schumacher nee dann irgendwie die Frau von Michael Schumacher jetzt ist alles vorbei hier bei mir und dann denkst du irgendwie die hat sich jetzt von dem scheiden lassen ja nein aua meine Ohren und dann klickst du da drauf und dann steht da irgendwie dass sein Sohn jetzt dieses Jahr nicht mehr in der Formel 1 oder Formel 5 oder keine Ahnung was teilnimmt hier ist ne Winde so Sachen mache ich auf dem Klo wirf mal ne Flash ey ich hab getroffen irgendwo hier ja ich hab ihn noch meine Katzen wollen immer mit aufs Klo oh man ahhh uiuiui so ja das war nicht so cool I need a break machen wir nicht nochmal mach doch Twitch hier machst du kein Geld danke für den Tipp Elias rate wo wir live sind ja kein Kommentar an der Stelle gut Leute das soll es mit dem Video gewesen sein wenn es euch gefallen hat gebt gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren ich würde sagen schaut bei Anni vorbei aber Anni ist ja macht ja nix oder Anni macht nichts Anni hat kurz überlegt aber Anni sollte einsteigen ins Biss ja ja Nina und Ev haben auch schon gesagt mit meinen Auffastern könnte das gut Klicks geben ja ja der nächste Elotricks ja ich sag dir 2.0 ja ok Leute gebt gerne einen Daumen hoch vergesst nicht zu abonnieren bis zum nächsten Mal tschüssi tschüss Outro Musik I'm like, hey, what's up?